Eigentlich bin ich komplett durch für den Tag und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal klickt und schaut, was die Mädels heute geschafft haben. Sie haben selbst fotografiert, sie haben selbst gefilmt und die Interviews geführt und sie waren vor allen Dingen total begeistert von der Medienarbeit und von den vielfältigen Aufgaben. Wir konnten uns kaum voneinander trennen, bis 16 Uhr war der Open Space gemietet und den haben wir übrigens noch gesponsert bekommen, war total cool. Die haben gesagt, ey, so eine tolle Aktion, bitte vermerkt uns nur im Abspann des Films natürlich sehr gerne. Also alles Gute und einen schönen Abend. Tschüss. Ja, ich bin richtig baff. Ich hoffe, es passt einigermaßen. Muss ich schon zweimal sagen, weiß ich nicht. Und das ist natürlich der totale Wahnsinn, auch dass diese Bäume noch Fruchten und Samen produzieren. Ihr wart wirklich professionell. Also ich habe ja schon viel mit Fernsehen hier. Also ich hätte doch gestern der Hessische Rundfunk sein können. Ja, super. Ein großes Lob zurück. Ein großes Lob an euch und Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.